Du hast doch bestimmt eine Lieblingssendung, oder? Ja. Nicht? Nein. Schaust du manchmal fern? Nein. Ah. Ich muss den Opa fragen. Warst du schon mal im Kino? Ja, einmal. Weißt du noch, wann das war und mit wem? Und was das für ein Film war? Nein. War es nicht so toll, oder? Nein. Mein Papa hat mich darum gezwungen. Gezwungen, dass du ins Kino gehst. Ja. Du hast ins Kino gehen müssen. Und jetzt gehst du nie wieder ins Kino? Ja. Ja.